Ich darf wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des South Park Direktakuläre zur Reisprobe. Wir sind immer noch auf der Suche nach den leistlichen Gegenständen. Ich glaube, meine Eltern sind kaputt. Darf ich bei dir wohnen? Meine Eltern sind kaputt. Ja, und jetzt sind wir noch die Penner. Jetzt haben wir wieder neue Auftritte zu bekommen, nämlich die Penner zerstören. Wir sind doch Freunde, oder? Zu spät, keine Widerrede. Ich habe gerade eh nichts anderes vor. Habe ich die schon gehabt? Ja. Die haben wir schon gehabt. Und wir haben viele neue Sachen zum kaufen. Da. Maus geht die Regel links. Wir haben doch... Ah, das war das, ok. Super. Toll. Wir müssen noch die Klos durchsuchen. Oder irgendwas übersehen haben. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Bei Tweak im Café können wir auch noch ein Foto-Dojo machen. Ähm... Einkaufen. Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen. Kriegswelpe. Das sollte dich zufrieden stellen. Das sollte dich zufrieden stellen. Brauchen wir das ja alles, ne? Dann alles dir. Wo kam er, der Raumbox. Das ist gleich 80. Da haben wir... Da haben wir das jetzt abgelassen. Äh... Charakterpump. Gebsliebhaber besiegt Penner. Sammelkungs. Der Raumbox. Das ist ein Foto. für uns noch und das ist dieser Furz wo wir die Schokolade brauchen. Wo es die Brownies ist. Und ich finde diesen verdammten Brownie nicht. Hey, ist das nicht... Nein. Nein. Gib mir diesen verdammten Brownie. Ich brauch den. Warum hat er den? Eigentlich brauch ich den. Neues Zeug. Kauf es solange es heiß ist, dann kannst du es später kalt essen. Hm. Pee du Zeebel. Adios und bis dann. Okay noch eins. Haben wir schon. Bitte nicht. Was gibt es da am Klo? Was? Achso. Können wir den benutzen? So klein. Auch benutzen aber... Nicht auf dem Schlitz gerade. Hm? Vielen Dank für deinen Einsatz. Achso. So gut, dass wir Wäsche haben. Die haben wir auch schon. Hm? Zum Einkaufen hier Selbstjustizle. Sparsam. Die Zahnbürste. Sie waren keine Flecken. Da solltest du noch mal waschen. Nekrotische Götzerezept. Ein Mr. Hank. Lass das lieber mal desinfizieren. Okay, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Mr. Hank. Das heißt, wir haben so viele Gegenstände. Können sie aber nicht zusammenbauen. Weil man... Weil jetzt irgendwelche Teile fehlt. Es soll nächste Woche regnen. Wer hat den Teller nicht mehr gegessen? Die Hammer schon, ne? Ja. Was wir natürlich noch machen könnten ist mit ihm. Ich mach nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Ach, okay. Ja dann komm, lass uns. Du willst noch mehr? Bereit das Rad zu drehen? Ja. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Steuerzahler Rettungsschirm Bonus. Wenn du auf Bankrott landest, müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Steuerzahler Rettungsschirm. Soja Terminwaren. Soja Terminwaren. Ein neues Investmentbonus. Verdreifere den Wert deines nächsten Felds. Komm, gib mir was Gescheites. Und Immobilien. Mo? Ach so, den Bonus muss ich jetzt benutzen. Shit. Soja Terminwaren. Soja Terminwaren. Soja Terminwaren. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Sehr schön. Weiter machen. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Soja Terminwaren. Und Tech-Aktien. Insider Trading Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Und Tech-Aktien. Wo? War gut, ne? Zeit für Insider Geschäfte. Das Rad sagt Indexfonds. Leer Verkaufsbonus. Tausch Bankrotting. Geld. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Wir machen weiter. Sie dreht sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Soja Terminwaren. Dreifach Ausdruck. Ja, benutzt den Bonus. Und Immobilien. 3900 Immobilien. Den nächsten Punkt kurz. Und Bingo. Ist der Wahnsinn. Damit hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Los geht's. Marktmanipulation. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Oh, die wird durch die Decke geklossen sind. Okay. Wir machen weiter. Nein, ich bin kein Zocker. Ähm. Nur was gescheitzt. Gold gestohlen. Gold for Cashbonus. Alle Bankrotfelder werden zu Gold. Ja, benutzt den Bonus. Das Rad sagt Indexfonds. Nein. Das Rad sagt Indexfonds. Okay, komm. Und Bingo. Kreditausfallversicherung. Marktmanipulation. Die wollen wir. Los geht's. Marktmanipulation. Und Tech-Aktien. Oh, das hat neue Fähigkeiten. Natürlich. Zeit für Insidergeschäfte. Deine Ökonomiestufe. Oh, sehr schön. Wir sind jetzt schon bequem. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Oh, was gescheites. Komm. Und Immobilien. Ja, das wissen wir jetzt eh schon. Aber wir wollen stinkreich werden. Auf Gold gestoßen. Tub tup 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 tup. Und Immobilien. Uh. Wir wollen schon zweimal den Mund wegen von Gold. Auf Gold gestoßen. Ja, was hab ich davon? Achso, ich könnte... Ah, wegen Goldenberg... Ja, ich könnte... Ja, benutzt den Bonus! Indexfonds? Wow... Achso, ich hab hier noch gepasst. Ich hab hier zwei Redpunkt bestimmen. Soja-Terminwagen. Boah... Jetzt geht's schön langsam kritisch. Oh... Wie das in die Höhe schnell? Einfach gerade raus. Oh, wir stehen schon verreich. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, das brauchen wir nicht. Soja-Terminwagen. 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 Ah, 3-mal Multiplikateln. Ja, natürlich. Ja, benutzt den Bonus. Uuuuhh. Soja-Terminwagen. 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 y Ah, jetzt sind wir so schön... Ja, benutzt den Bonus. Jetzt ist der Schlange ein bisschen sehr kritisch. Auf Gold gestoßen. Oh, Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Auf Gold gestoßen. Habe ich einen Master. Ein Bonus im Spiel. Au, sehr schön. Ich bin vor dem Bankrott sicher. Und Immobilien. Noch eine. Wenn ich vorbrauche, weißt du? Nein, jetzt habe ich wieder Stufe geplant. Ja, benutzt den Bonus. Ja, ich brauche wahrscheinlich nur noch genau eines, damit ich höher steige. Dass wir jetzt nicht mehr kriegen, oder wie? Ah, doch. Sehr schön. Okay. Das ist eine Wertnachung. Stopp, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, das brauche ich nicht. Und Tech-Aktien. Sehr schön. Ein Bonus im Spiel. Und Tech-Aktien. Noch einmal die Tech-Aktien. Sollen wir schauen, dass wir Bankrott kriegen. Also so einen... Bankrot-Schutz. Zeit für Insider-Geschäfte. Und Immobilien. Boah. Sehr schön. Auf Gold gestoßen. Sehr schön. Ja, benutzt den Bonus. Auf Gold gestoßen. Wir haben ein... Ein... Gold for Cash. Mach den Bankrott zu Gold. Soja-Termin-Waren. Ein 3-Mark-Multiplikator. Okay, probieren wir es. Ein Bonus im Spiel. Ein Bonus im Spiel. Oh, ja. Sehr schön. Wir sehen jetzt die oberen Tinten an. Okay. Die Tiere sind schon kritisch. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Sehr schön. Noch einmal, okay. Jetzt gibt es Bohnen. Komm, wir brauchen Soja-Bohnen. Soja-Termin-Waren. Soja-Termin-Waren. Jetzt noch einmal einsetzen. Ein 3-Mark-Multiplikator. Soja-Termin-Waren. Soja-Termin-Waren. Ein Bonus im Spiel. Soja-Termin-Waren. 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 Noch eins? Okay. Okay, haben wir schon. Weg. Also Fotos bauen wir eigentlich keine mehr, gell? Soja-Termin-Waren. Schön, dass wir jetzt da rein können. Ah, bauen wir das jetzt noch? Fack. 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 Influencer brauchen nicht mehr. Wir brauchen nur ein verdammtes Bild. So. Ähm... Ah, gut das macht ihr, ja. Genau, das haben wir schon benutzt, deswegen schauen wir wieder cool so was. Die Mobile. Aber es hat sicher einen Grund, warum es wieder oben steht. Was für ein Outfit Süßi! Bist du mit meiner Tochter Bibi befreundet? Weißt du was spaßig wäre? Ein Make-up Selfie! Nur für Make-up Interessierte! Was? Mrs. Stevens! Okay, aber ich kann trotzdem noch was machen. Wo ist das was anderes? Boombox-Anzug! Das dem Mobile-Angebot haben wir schon. Wo ist dieses blöde Teil? Und wir müssen hoch. Muss ein Grund geben, warum sie oben steht. Da müssen wir... Links kann ich nicht, wenn wir da hochkommen sind. Da! Okay, Post Office müssen wir uns reiben. Haben sie jetzt schon alles aufgemacht? Okay, weiter gehts. Dann mal los! Wow, wow! Ah! So, gibt es einen Grund, warum es oben steht? Jetzt gibt es keinen Grund, warum es oben steht. Jetzt gibt es keinen Grund, warum es oben steht, okay? Dann gehen wir wieder runter. Ah! Waren wir gerade drinnen? Wollte ja nicht rein! Wollte ja nicht rein! Wollte von vorne rein! Da wollte ich rein! Die kommen nichts kaufen, da haben wir alles aufgemacht. Und das wird immer noch ein Bild. Ich glaube, wie wir das übersehen haben. Aha! Der furzende Selbstjustizler! Kannst du mir kurz ein paar Fragen beantworten? Was steht an beim Selbstjustizler? Krasses Spektakel gestern Abend! Krasses Spektakel! Wie bist du zum Superhelden geworden? Hat der Mob deinen Onkel umgebracht und du findest keine Ruhe, bis er gerecht ist? Ist das eine Ich-denk-nach-stille oder ich hab nichts im Hirn stille? Oh! Was steht an beim Selbstjustizler? Nicht viel, nicht viel. Wir suchen. Wir suchen, um zu beenden. Komm mal rein! Du bist nicht der erste Promi hier, verbrechensbekämpfer. Wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Warte. Einkaufen. Wir haben da einkaufen. Aber da waren wir schon so oft drinnen, warum man das nicht gleich wegkommt. Saufpaar könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Es gibt ja Heldinnen, was willst du denn? Was willst du denn? Hm? Nee, da hängt auch kein Bild. Von der Stadthalle. Da ist auch nichts klingt, ne? Nein. Gut. Na, viel haben wir ja nicht mehr zum Durchsuchen. Gibt's das vielleicht, wie es die Ivo man den Brau nicht kriegt? Keine Ahnung. Asservatenkammerparty! Intersetzt uns die Kleinen! Was bist du denn? Ein Zigeunermagier? Geh schon durch! Weg rein. Oh, hier passt super. Nein. Haben wir auch nichts. Komm, Ingo muss das letzte Bild doch sein. Da hinten fällt Ingo zu übersehen. Ne. Gut gemacht. Du bist offiziell das jüngste Mitglied. Oh, sehr schön. Da hängt's! Alter! Also komm ich da einfach so hin? Ja! Und wir haben alle Fotos hinfortgefegt. Meisterioi Sammler. Sehr schön. Jetzt werde ich nur auf Brownie suchen. Oh, schön. So. Was habe ich die Bilder? Müsst ihr mir sagen, ich habe immer noch nicht alle 40. Wie viele habe ich dann? Quest. Wie viele Bilder? Sehe ich das irgendwo? Momentan. Missionsgegenstände. Jetzt werden wir uns zurück mit der Neugeneration von Grafenzinspielen. Die dient auch zu... Was tut das für einen nekrotischen Götzen? Der nekrotische Götze. Die nekrotischen Götzen. Der Atomkreuzer. Öffnet Stolisch Vitrine. Atomkreuzer. Die Zeit ist etwas angekannteres. Zeit ist etwas angekannteres. Zeit ist etwas angekannteres. Und sofort noch einen zuzumachen. Einen Block. Das haben wir... Den haben wir noch nicht, ne? Komponenten. Da fehlt einiges. Hm. Waffling. Der Atomkreuzer fehlt uns immer noch ein Teil. Es ist ein Komponenten. Eren Rito Aaaaah, wo? Ich weiß, aber mir fehlt deshalb Frami Warte mal Und die Fakten Da würde ich noch einen Hunderter brauchen Da bin ich eigentlich gleich am höchsten Was kann das? Plus 13 Hirn Achso, warte mal Das habe ich nur noch Und das, okay Jetzt habe ich da noch alles Das Und 100 ist da, das höchste, ne? Ja 101, gut, den habe ich nur einmal Ach Gott, das ist so Finde ich den? Muss ich den kaufen? Hm Ich habe keine Ahnung, wo ich denn hergehen soll Ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder ich habe Ich habe in der Stadt viele Bilder von mir gesehen Die Talentscouts rufen sich ja bald an Ach Gott Ja, wenn ich noch keine 40 Bilder habe, wie viele habe ich dann? Ja, wenn ich noch keine 40 Bilder habe, wie viele habe ich dann? Oh Oh Hm Hm Der Selbstjustizler verdirbt einem den Spaß am Vollzug Wohin sie Wo kriege ich diesen Brownie her? Was haben wir da gehabt? Rette dich vor dem Herren Knie nieder Vor dem Herren Macht dir das Spaß Mogelkönig? Ich bin kein Mogelkönig, Alter Ich bin kein Mogelkönig, Alter Ich bin kein Meger Weißt du, kommst du drauf? Möge den Hinterteil unbefleckt bleiben Möge den Hinterteil unbefleckt bleiben Geh mit Gott Er wird ein gesegnetes Hinterteil leiden Wenn du gegen das Böse anstinken willst Möge den Hinterteil unbefleckt bleiben Möge den Hinterteil unbefleckt bleiben Hört das zum DEC nachher Oder zu was gehört das? Aber ich hätte gesagt, wir machen jetzt noch einen Krabbenkamm Gut, einen Krabbenkampf noch Der Mensch ist tot, der freist mich jetzt ein Er wollte mir die ganze Höhung geben Zeig keine Schwäche Ja, mir fehlen genau dieses Überspringen Du bist nicht dran Wie wir schwäcken, wie Menschen töten Ähm Ja Jetzt kann die ganze Welt über sein Leben spotten Ja, der rastet, der rostet Nimm uns die Mobile Nummer bitte Diese Kotze war für meine Brut gedacht Hier kommt Mysterio Okay, du gehst auch zurück Ah, verpasst Ja Jetzt setzt's was Ziemlich guter Move Kolgan hat eine Nummer Ihr daxt! Hm Ja Nichts zu danken, Identitätsdiebe! Diabetes-Zeit! Ups Ein Unfall Angewirr Nein, verlagst du auch, okay Verflucht sei der elektrisierte Mensch Ooooo Aber wenn wir noch keine 40 haben, dann fehlt ihm noch ein Bild Oder ein paar Bilder Wo Wo Wo? Im Klipstein Gemeistert Na gut Und was war so schlimm heute? Ich möchte mich für euch recht herzlich bedanken Ich hoffe es hat Spaß gemacht Schaut euch auf dem nächsten Mal ein Ich wünsche euch was Bis dann Tschüss, Baba Tschüss